Die Regeln sind dieselben. Mit einem kleinen Unterschied. Sie werden heute Abend etwas besser erklärt. Aha, das darf ich also machen. Na gut, die Jury, die hat ein... Ein Tablet. Ein Tablet, ja. Auf denen geben die drei gleich während des Songs ihre Wertung ab, wenn man nicht drauf vergisst. Ich hab beinahe vergessen, hier drauf zu drücken. Jeder Jura kann bis zu 10 Punkte vergeben. Die Werte... Das Licht wird... Genau. Grün. Nur ein Punkt zu wenig von der Jury. Dann hat's einfach nicht gereicht, ja. Rot heißt Stopp. Der Kandidat ist raus. Das tut mir so wahnsinnig leid. Von den 16, die heute antreten, steigen nur 8 im Semifinale auf. Wenn die Jury aber mehr weiter schickt, als wir überhaupt mitnehmen können, wird am Schluss zwischen all diesen Kandidatinnen noch einmal ausgewählt. Darauf gehen wir bei der Entscheidung genauer ein, wenn die Ergebnissröhren dann da sind. Übrigens, die Juroren wissen nicht, wie die anderen beiden abstimmen. Deswegen bleibt das Jury-Ergebnis auch für sie selber spannend. Denn wenn alle drei besonders hohe Punkte geben, gibt's für die Kandidatin sogar ein... Star-Ticket. Nein! Und eine heute glänzende Arabella in Aufregung. Kein Zittern mehr heißt das. Direkt aufsteigen. Das Star-Ticket führt ohne Umweg sofort den Semifinale.